Achtung Autofahrer an Informationen der Überwachungspentrale. In Türen wurde ein Brand festgestellt, der Verkehr wird deshalb angehalten. Stimmen Sie Ihren Fahrzeug rechts ab, stimmen Sie den Motor ab und schweißen Sie die Bahnblendanleiter an Ihrem Fahrzeug an. Treffen Sie den Zündstück durch Städte und verlassen Sie die Fahrzeug auf Ihren Fahrzeug. Stimmen Sie bitte kein Türen an den Motorbohren oder Türen in Ihrem Fahrzeug. Verwinden Sie die Türen und verlassen Sie den Türen über einen Weg aus Türen oder ein Türen-Türen-Protal. Stimmen Sie den Motorbohren oder Türen-Türen-Protal. Stimmen Sie den Motorbohren oder Türen-Türen-Protal. 2,0,8,0 ,8,0,8,0. Entschädigt, 1,2,0,8,0,8,0,8,0. Entschädigt, 1,2,0,8,0,8,0,8,0. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020